Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Esel kommt da nicht rein, warum auch immer, wahrscheinlich weil es ein anderes Tier ist, aber Sie kriegen trotzdem was geschenkt, ja? Bitte am Telefon bleiben. Vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ne? Nur mal ganz kurz, wenn die Dame ein zweites Tier nennt, von dem sie glaubt, dass es richtig ist, ich wiederhole es nicht, es beginnt mit A. Wenn man das jetzt mal da einsetzt, kann man dann noch den Esel bilden? Ich glaube nicht. So, mit ihr dacht, auf ihr passt, gibt ja sowieso nur zwei Grundregeln hier bei 9 Live. Aufpassen und schnell sein. Und schnell sein empfehle ich Ihnen, wenn Sie jetzt aufgepasst haben, denn dann wissen Sie, was da vielleicht rein sollte. So, noch eine Leitung dazu. Die 2, 6, 9 und die 14 im richtigen Moment. Und Sie sind hier in 5, 4, da hat sich die Frau Büttner selber ein Ei gelegt, wa? 3, 2, 1, los geht's. Hätte Sie das andere Tier zuerst genannt, hätte Sie schon mit mir am Geldrad stehen können. Nun gut, kann passieren. Ist ja auch immer ein bisschen Aufregung dabei, wenn man live plötzlich in der Sendung ist. Aber trotzdem, liebe Zuschauer, seien Sie vorsichtig. Erst mitspielen, wenn Sie absolut sicher sind, dass Ihr Tier da reinpasst, dass das absolut auch richtig ist. Und dann rufen Sie bitte erst durch 01379, dreimal die 4, dreimal die 9, Ihre Telefonnummer. Ich freue mich auf Sie, geben Sie Gas. Hier gibt's heute fantastische Preise. Haben wir da hinten stehen, ein Handy, ein Föhn oder eine Kaffeemaschine, dürfen Sie sich gerne aussuchen. Sollte es bei diesen, sollte nicht hier unten im Bild. Der Markt hat das wunderbar eingefangen, noch unter dem Spiel, ja, liebe Zuschauer. Also sollten wir Sachpreis erdrehen, dürfen Sie sich da was aussuchen. Ansonsten gibt's natürlich Kohle. Aber zuvor möchte ich ein Tier wissen, was in unser Kreuz das Wort reinpasst. Und das müssen Sie mir natürlich sagen. Ja, da kann ich Ihnen jetzt nicht verhelfen. Frau Büttner hat schon versucht, Ihnen zu helfen. Leider hat es ihr selber nichts gebracht. Aber allen anderen kann das natürlich hier eine Riesenchance sein, die Sie definitiv nutzen sollten. Leitung 2, Leitung 6, Leitung 9 oder Leitung 15. Und da klingelt's, wer ist dran? Hallo? Hallöchen, die Helga. Hallo Helga. Krass, wir überlegen, welchen ich nehme. Ich nehme da mal den Igel. Den Egel. Aber bitte nur eins. Der Egel ist? Den Egel. Igel. Nein, 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 nein. Sie haben Egel gesagt. Nee, 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 nee. Nein. Okay. Ja, ist er ja jedenfalls. Ja, super. Ich höre mir das nochmal an und dann rufe ich Sie an, zu Hause privat und spiele Ihnen vor, wie Sie Egel gesagt haben. Nein, Igel. Marc und ich haben das hier deutlich gehört. Sie wollen mich verklapsen hier. Bestimmt dann mal den Igel, 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 Igel. Ich nehme da mal den Igel, Igel. Ich nehme da mal den Igel. Dimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimm Untertitelung des ZDF, 2020